hallo herzlich willkommen liebe studenten zur vorlesung nummer 19 was zur hölle ja da sie letztes jahr ja richtig erbärmlich niedergemetzelt wurden es reicht uns ein stein schwert erst mal dann mache ich uns erst mal mehr rüstung hier bitteschön was soll ich eigentlich mit einem scheiß kombus der bringt mir noch gar nix grad willst du die schuhe haben oder so ich würde sagen rüstung ist erst mal wichtiger so wir haben unsere waffen boxen ja wir müssen jetzt mal wieder fahren und ohne den ganzen schild also sonst können wir halt nicht nicht weiter so jetzt warte mal machen wir jetzt hier erstmal das ist richtig schiedel weißt du das ja wozu brauche ich eigentlich drei emeralds alter wichser ich mache mir noch eine spitzhacke eine eisenspitzhacke falls wir was gutes finden hier noch einen stein ich mache dir noch eine stein spitzhacke ne ich habe mir schon eine gemacht ja ist doch egal eine schaufel umso mehr umso besser so ja bruder ich würde mal sagen wir fangen von vorne an das fleisch nehmen wir das fleisch nehmen wir noch mal alles mit hier 14 fleisch warum habe ich eigentlich schleim weil ich zugeworfen habe jetzt habe ich dann jetzt habe ich dein scheiß holzschwert digga steinschwert du wichser da oh mein gott was machst du nichts alles gut mensch wichser oh mein gott den creeper den brauchen wir für die magazine ja soviel zum thema ich wusste dass der hoch geht du wuschst gar nichts minimap an so du wichser da oh scheiße dein schnauze gott alter jetzt mach zu das ding so jetzt ab in die höhle komm ja ich bin da es werden paar nutten gepickt da ist noch ein creeper ich habe ihn rüber gehauen ist das dein ernst wie kann ich wie kann ich denn was egal wir gehen einfach hier runter ich gehe einfach hier runter ihr könnt mich alle am sack jucken kratzen küssen lutschen ich gehe jetzt hier runter und fahre mir die ganze scheiße weg die gibt alter ja aber ich glaube so viel haben wir gar nicht mehr hier ich müsste irgendwo eine fackel liegen die habe ich abgebaut warte ich mache noch mal ein paar ich habe die ganzen waffen boxen und alles mit das ist nicht so schlau oder denn wir sterben nicht so ich bringe noch mal kurz den schild weg ne ja ich warte hier ich versuche nicht zu sterben räum den shit auf bruder kann er schon mal anfangen oh gott man das ist so scheiße ne dass wir gestorben sind das macht mich richtig traurig weißt du das ja aber was willst du machen ich höre doch hier ein zombie bin ich jetzt besoffen oder was ja das ist der bichser das macht mich wahnsinnig digga halt die schnauze das wird so das werden wir nie wieder los digga ne werden wir auch nicht aber egal runtergesprungen oh ich kann ich komme wie ein wrecking ball okay Alter wie viel Kohle ist denn hier noch ja Kohle brauchen wir nicht wir brauchen Eisen Eisen, 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 Schießpulver, Eisen das ist das was wir brauchen ich baue trotzdem Kohle scheiß auf die Kohle ja aber was schwemm jetzt stell dir mal vor wir finden jetzt Diamanten alter ja und was bringt mir dann die Kohle dann habe ich Erfahrung gesammelt wichser du kannst eh nur bis Level 1 entschärfen wichser wo wischen eigentlich hin neben dir was hier ach da wischen ich bin in die andere Richtung gelaufen ja als sie mir sagen wir brauchen keine Kohle alter ein richtiger wichser 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 ich guck hier wisch einfach nichts wir haben alles weggefahren aber lass mal hier runterrutschen in 3 2 warte 1 das ist doch die Stelle wo man so aufpassen muss ja wenn du stirbst ne ohne Scheiße diesmal hab ich's sogar geschafft Creeper das ist ein Creeper und ein Zombie hast du Fackeln? ähm ja aber ich würde den Creeper erstmal gern loswerden ja mach das oh noch ein Zombie oh das ist doch nicht euer Ernst Digga wie kann der Creeper dann immer wieder explodieren huch mach die Fackeln hin komm ja Bruder entspann chill mal deine Eier eh doch nichts ich weiß nicht warum hier das Cobblestone ist ey schwirr huch schwirr mal auf Libra wir brauchen Eisen wir brauchen Eisen nur wir brauchen wir brauchen nur Eisen der Rest ist schickig nee man nachher beschweren wir uns dass wir keine Kohle haben ohne Scheiß ja ich hab 3,64er Stacks Kohle jetzt heul nicht rum komm her Alex komm her ich hab Eisen ja toll das bringt uns auch nix du Wichser halt die Fresse alter ohne Scheiß ich baue hier ab ich bin vergiftet nur mal so was ja ne Hexe war da hast du getötet sie ist tot aber ich gleich auch ich buddel mich so lang ein du stirbst nicht von Vergiftung echt hast du das in deinem boah nein hast du das gelesen bei deinen Abonnenten ja shit man ich dachte wirklich dass man da stirbt alter njo 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 das ersten da will ich ich hab nur noch ein halbes Herz ich warte jetzt bis ich erstmal wieder so halbes Leben hab ne wo bist du eigentlich da unten bist du wo bist du ich bin hier oben nur da oben warte ach da ich seh dich ja jo hab dich gesehen Brudi ja und sonst bist du öfter hier unten ja du warte mal ganz kurz guten Tag möchten sie Steaks kaufen bitteschön soll ich neun Stück ja okay was du hast neun Stück gib mir bitte zwei wieder ja komm her danke so und direkt nach dem Eisen sammelt die doch auf Dig direkt nach dem Eisen fahren Eisen gehen wir ähm gehen wir auf Essenssuche und dann zerficken wir Domsel richtig ohne Scheiß Alter den Wichser ey ihr müsst wissen wir reden heute schon den ganzen Tag im TS und wir kriegen es nicht los ohne Scheiß dieses dieses Wichser das ist einfach so eingebrannt in meinem Kopf ich schwirre wo bist du eigentlich Wichser ich hab gewartet dass du da Dinger hinmachst fackeln ja ich würde mal sagen hier ein bisschen Flint für Feuerzeuge wäre auch gar nicht mal so blöd oder weißt du wie du den ganzen Stapel auf einmal abbauen kannst guck mal du machst unten so dann machst du deine Fackel drunter und dann guck mal hier ich hab aber keine Fackeln warte mal bleib mal stehen hör mal auf guck mal hier ich glaub dir das doch ich hab aber keine Fackeln du guckst jetzt mal bitte hin da unten abbauen Fackeln hinsetzen zack kommt deine Stapel weg abbauen Fackeln hinsetzen und ja ich hab aber keine du alter saugeschmerzer weil du ein spastiger Biest ich hab vier Flint das reicht eigentlich auch aber ich schnärf das Wasser okay also hier dürfen wir jetzt nicht weitergehen weil das ja so ein Strip-Mining wäre genau die Bisse mein Spaß du heißt Cheater beschwert sich dass wir hacken wir hacken doch gar nicht pscht ich wollte einmal cool sein yo guck mal guck mal drei Zombie ey na ihr Süßen komm mal hier runter ey ich hab Wasser weggemacht mach dich auf Kampf gefasst ey ich schwöre ich sehe halt gar nichts grad Creeper pass auf da ist ganz viel Eisen warte ich kümmere mich um den Creeper diesmal explodiert er nicht ja mach ihn kaputt hab ihn hab ihn und er hat keinen egal wir haben dafür Eisen so ein Arschloch da oben ist auch Eisen geh weg mein mein Platz Piss dich schloss ich bin hier runtergefallen in das Loch und hier ist Lava das war relativ hä komm hoch was machst du denn da was zum Fick ich bin alter du Wichser ey ohne Scheiß ich stand hier und hab so runtergeguckt guck man scheint ja nicht ja doch guck doch so alter was für eine Scheiße das geht gar nicht klar ich schwöre dir da muss der der hackt der macht das der macht das mit Absicht ja der der guckt uns zu der spectatet uns ich brauch Cobblestone ein Goldapfel wäre auch gar nicht so schlecht hier oben ist auch noch Eisen ey was ist das für ein Vieh hörst du auch diese komischen Geräusche ja das ist doch so ein Schleim oder so oft da ist noch Ding das ist kein Schleim keine Ahnung mach mal hier eine Fackel hier ist ein Creeper du kümmerst dich um den hab ihn er hat sogar Schießpulver gedroppt ja gut 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 wir haben Gunpowder alter ich hätte nicht gedacht dass es hier noch so viel Eisen hat ey ja ich nehme das Gold auch mal mit für Goldäpfel ne mhm ne ich hab halt keine Eisenspitzhacke sonst hätte ich auch abgebaut schon ja wir haben ja nicht mehr so viel gehabt ja Redstone muss ich auch mit ner Eisen gell ja aber lass einfach komm mal mit hier ich komm mal zu dir oh Enderman Enderman ok das war das was wir gehört haben ja egal lass einfach das andere vorbeilaufen komm hier hoch hier waren wir anscheinend noch nicht ich lauf da grad hin und denk so was ist denn das und dann seh ich so oh nein ein Enderspinne eine Enderspinne oh ein Auge ein fermentiertes Spinnenauge ne nur ein Spinnenauge Eisen Eisen weißt du jedes Mal wenn du so reagierst denk ich irgendwas passiert mit dir oh Gott Creeper 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 hinter dir hinter dir hinter dir schlag ihn noch nicht zu mir Brudi oh noch einer alter hau drauf hau drauf warum hast du nicht mehr da drauf gehauen wenn wir zusammen rauf gehen und einfach ja weil ich weg wollte von ihm mein Gott was ist denn hier los alter ja die Creeper sind gut die meinst du auch nur gut mit uns nur du bist zu blöd die so töten halt die Fresse ich bin überhaupt nicht zu blöd Creeper jetzt gehst du weg jetzt gehst du weg toll weil er dich gesehen hat ist er ja weil er dich gesehen hat ist er hochgegangen ja genau du bist so ein Affe ne ah du hast es so drauf du bist so ein harter Ficker das ist nicht witzig du hast es so drauf du bist so ein harter Ficker was ich hab das Eisen weggeholt du Ficker ich doch auch hier ist noch mehr Eisen wo wieso was stimmt denn hier du her verpiss dich alter ich hoffe für dich dass du deine Hungersleiste immer voll hältst jetzt hab ich sie grad voll gemacht ja ich renne ja hier nicht so viel hier geht's nochmal runter komm mal hier runter damit du auch durchpasst also wir haben schon wieder also wir können auf jeden Fall zwei Waffen machen ähm ich würde aber um so mindestens ein Stack Eisen sammeln weil und dann noch Schießpulver hier unten alter die Höhle geht so weit unter das Meer noch das ist heftig ich schau übel höre ich mich wieder selber pass auf warte 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 was denn ähm so hier unten hier ist überall Lava ich hab jetzt nicht nach unten abbauen mhm ja irgendwas also ich lass dich mal ein bisschen frei laufen hier ne ich hab so ein Gefühl hier könnten wir Diamanten finden weil guck mal da ist wieder ein Lavasee stopp ja ich mach ihn selber zu das krieg ich grad noch hin aber ich brauch ne Eisenspitzhacke um die abzubauen um Eisen abzubauen brauchst du Eisenspitzhacke nein Diamanten du Vogel ja aber wir müssen noch nur welche alter wie groß diese Höhle einfach mal ist guck mal wie weit wie so wenn wir hier nichts finden ne wenn wir hier keine Diamanten finden dann hasst uns dieses Spiel lass mal hier hingehen ich bin da so hier ist noch mehr Eisen hier ist ne Blume ich wollte nur mal dass du das weißt ne alter junge 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 das ist ne Goldmine ist das hier ich glaub ich erst das ganze Zombiefleisch während wir in der Höhle sind dann verbrauchen wir nicht so viel von dem anderen mach das do whatever you want ohne Witz alter jetzt noch Gold kannst du auch mal mitnehmen ja ich weiß ich hab nur geguckt was da oben ist weil ich unbedingt Diamanten finden will so da kommen wir ja her folgen Ende schon ok wir sind relativ im Fieber gerade hier würde ich sagen wir sehen uns zur nächsten Vorlesung bis dahin macht's gut Leute oh ja tschüss tschüss